kann erst mal gehen auf die box bring ring 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 hallo jesse direkt hat sie auch noch mal parat muss sagen meine mission hast du dich wirklich gut geschlagen hut ab bislang dass ich ausschließlich an einfachen mission versucht aber es wird zeit dass ich dir auch die normalen mission für dich freischalte gib weiter dein bestes hast du die man einfach gerade party dass ich hier entscheiden die bruder gefangen habe moment wie mache ich noch mal fotos so nein so nein so einmal drehen ja gerade wie das sind die filter mit rotum stick ja wir müssen von weiter weg gehen so geht es weg eventuell start wie macht man das interface noch mal weg so wird es überhaupt mit fotografiert wahrscheinlich nicht nur kann man nicht mehr weg machen los ok wurde so gepatcht dass man es nicht mehr weg machen kann best patch of all time egal moment passt wir haben gute fotos ok dann gehen wir weiter so und zwar ich meine hier am anfang des im gebiet liefen auch taurosse rum weil 1 fehlt mir noch für mein pokédex schauen ob ich irgendwo random 1 finde danach geben uns noch einen gala fleckmann fangen und dann können wir uns eigentlich noch so ein bisschen weiter umschauen und uns langsam in richtung der arenen auch oder top 4 halt mal begeben und sieger zehn pokémon und überrumpel ein pokémon natürlich überrumpel dich mal wenn ich nur mich mal na gut dann überrumpel ich mal das schanierer da hinten dreh dich auch nicht um schanierer das kann gleich in der grube gelauert einfach so wieder mit der steuerung klarkommen so überrumpelt ja sonst rennen die taus immer auf mich zu aber jetzt wollen die nicht ne wofür hat korall dann eigentlich die reifen wenn es eher auf seinen füßen läuft ja nun wo sind die ganzen taurosse die nicht taub aus tauross umflicken das viel an die nicht hier auf der moment kurz mal gucken sieht man noch sicher auf der map hier ja hier gibt es taurus sogar direkt neben mir irgendwo also quasi sogar abigato läuft hier rum läuft sie wird es auch da vorne muss eigentlich aktuell machen besiege pokémon per auto kampf mach im canyon ein foto von einem wilden pokémon hier gibt es keine wilden pokémon ich bin auch nicht im canyon areal fällt mir gerade ein ja ich habe mir botogäle gefunden vielleicht läuft ja noch entscheiden irgendwo rum dabei bin ich immer noch der suche nach tauross da da ist eins das war ja richtig stylisch wichtig geworden also aus dem handgelenk einfach richtig nice was junge ich wollte da mit dem botus ein bisschen zeit verbringen und dann kommt da fast es ist random kleine johnny maps und will mich angreifen dann gehen wir jetzt erstmal weiter ins wassergebiet weil ich dort erst noch ein gala fleckmann fangen möchte was ich noch entwickeln will und ich glaube dafür muss ich da auch noch so ein bisschen staffs sammeln diese galanuss dinge wir können davon dass man ein raid macht nach traum pack was haben wir denn hier mark brand ja komm ich muss aber online gehen also falls ihr mitmachen möchtet wir haben mark brand als gegner massive aufläufe von botogel und da läuft gerade auch so ganz scheitig botogel hinten weg und nimmst auf mit dem mächtigen eisenbündel so möchte mit spieler suchen mit passwort dass ich mal kurz zeit das passwort hier einzugeben jetzt ist das da kein was man per geheim geschehen geschenkt bekommen hat das nutze ich gerade einfach just for the lulz da kann ich halt cool so dann gucke ich jetzt einmal kurz was im pokémon ich überhaupt erst mal verwende gegen den was habe ich ein gutes gegen feuer pokémon rosa luna rosa luna klingt gut nehmen wir den sind das manga bücher hinter mir da ja da sind spiele äh ok alle drin aber mir fällt jetzt leider gerade auf dass der ein kampftyp ist ups ja nun ich habe nur den roten kristall gesehen dachte mir so ja feuer und habe beim marktbrand gesehen dachte mir so ja feuer und dann der jese gucke jetzt drauf und sehe so ah kampf wir werden sicher noch mehr als machen von daher kriegt jeder sicher mal die die chance und wahrscheinlich auch nicht nur einmal sondern auch mehrmals ich hoffe der kann keine kampf attacken wer kann sonntag das ist unglücklich vielleicht ein bisschen so was kann ich denn ich habe mondgewalt an der vermeint dann das tut wahrscheinlich sehr weh das macht ja gar keinen schaden von mir aber ich habe seinen spezialangriff gesenkt das ist gut kuro brennt patrick brennt ich noch nicht er kann fokus stoßen ja das ist natürlich sehr schön und die chineser aber ich habe ja seinen angriff jetzt einmal gesenkt vielleicht kommt das ja nochmals ich glaube ich meine 50 prozent chance mit dem angriff drop also spezialangriff drop hätte er nur meine sachen weg gemacht nicht seine eigenen da ist der fokus stoß überlebt ich dennoch wahrscheinlich nicht schade ich finde das so witzig wie das aussieht so richtig cool einfach ich mach das du süß der schaden aber ist ja jetzt hat er seinen angriff wieder resettet könnte ja jetzt herr oder nicht macht wahrscheinlich an der vermeint schon vorbei weiß wir müssen noch auf irgendwas warten vielleicht muss magma doch zu ende pupsen oder so oder mag man mag aber das team und will vorher sich noch nicht fangen lassen ach ok ja komm wir nicht mit warum auch nicht sehr schön immer diese random ladezeit ja was solls ne so dann suchen wir jetzt erst mal gesagt das gala fleckmann und die gala nuss 2 damit wir den auch entwickeln können und versuchen nebenbei noch ein paar missionen zu machen ich habe keine ahnung wie viele punkte ich im endeffekt brauchen werde um einen top 4 herauszufordern aber ich werde es ja schon noch sehen ich wollte gar nicht in die richtung einfach da reingezogen in das kleine vieh ah kann ich auch einfach rausrufen dann schauen wir doch mal ich glaube irgendwo am strand habe ich beim letzten mal fleckmanns gesehen ich kann ja im moment wirklich nicht bewegen sobald ich ins wasser gehe hier da greift rüber das kleine bisschen auf jetzt aus halb drei noch wo sind wir denn gerade sehe ich wir flecken uns sind wahrscheinlich nur wenn ich in der nähe vorbeilaufe ganz rio nago bären take it aber noch nicht der staff den ich brauche naja hier do your thing verprügel die alle mal erst mal ein bisschen weiter sagen wir noch mal eine mission naja da kommt man für den typ geist und machen foto hier kämpf mal wahrscheinlich auch keine geister hier irgendwo an finden hier oh naja oh nein jetzt legt eine distanz von 500 metern hin ja krieg wohl eben ansonsten jetzt einfach mal im pokédex nach wo ich gala fleckmann finde das nummer irgendwo eine lücke finden da gala fleckmann habitat kein wunder sie sich gefunden habe ich war auf einer falschen stelle gesucht okay wieder glaube ich auf dem weg da nach oben wo bin ich gerade moment also ich hier oben auf jeden fall und hier an der brücke irgendwo unten an der brücke vielleicht hinter der brücke da unten am strand oh terra stücke was ist das für eine komische truppe das trompec und die bummels okay strange group ansonsten schauen wir einfach hinten da wo die arena leiter die top 4 dame ist die dann noch irgendwie was cooles bei sich in der nähe hat was war das jetzt noch alles was ich aktuell machen muss items aufsammeln und immer noch ein geister pokémon irgendwo fangen vielleicht gleich einmal kurz zum kennen darüber geht damit die mission ja weg ist das gleich morgen so was ist ja lula koko war irgendwie gar nicht oder korrekt und ist einfach riesig so stelle eine tm her das können wir auch gleich mal machen so hier hinten sollte es jetzt fleckmanns geben ah ein galanusszweig die brauche ich ganz viele davon sehr schön können gerne mehr davon droppen ich glaube 15 brauche ich das ist einfach small alola ja weil das wahrscheinlich weil es hier nur künstliches licht gibt deswegen kann er nicht so gut wachsen wie so ein richtiges alola koko war ich hoffe ich habe einfach mal genug dann fangen wir uns eben mal eins ui level 65 du bist gut dabei oh critical sieht man schon eine wurfkurve dass es ein schnäppchen fangen wird ich meine auch dass es 15 sind ich nehme es auch eben mal mit ins team oga pongi du mal kurz was meine ich wollte die nicht verstauen egal so heute ist das hier mit bei mir ist wahrscheinlich hier mit bei da elf habe ich natürlich nur die frage ist auch wo ist das die dame die mir die dinge umwandelt ach ich habe jetzt hier den platz gefunden wo man gegen sie kämpfen kann ne wirklich grand bello wie viel kostet das dann theoretisch einfach nur damit ich bescheid weiß so du bist hier für die blaubeer liga 50 ich habe jetzt unsummen erwartet ich habe jetzt unsummen erwartet ich sehe gar nichts ich kann auch hier mal hinfliegen sehr schön da ist es canyon areal ach da ist der zum kämpfen wieso muss ich dafür bezahlen mhm mhm so hier gab es ja auch gala flagmonster gibt es aber sicher auch ein paar galanusszweige nenngeld ist doch immer bei turnieren so weiß keiner zufällig wo man die galanusszweige umwandeln kann in stuff so jetzt erstmal nach orten wo die 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 flagmons sind und kann ich von da aus ja weiter suchen ja ich will ja meinen pokédex vervollständigen und nebenbei mache ich ja auch die aufgaben naja muss halt hier eben noch herstellen auf der plattform der top 4 ist da so ein dude dafür das ist die frage wo hier ach wahrscheinlich in der höhle drin ne das komische äh lass mal los das komische fackellabyrinth hier bei taras plattform ok dann guck ich da gleich mal gehört ja zur vollständigkeit dazu ich hab natürlich auch den besten ort gesucht um hier nach flagmons und deren dummen zweige zu suchen ich glaube ich suche doch lieber draußen hier drin wird das nichts scheitert schon daran überhaupt einen flagmon hier drin zu finden so Hilfe ich glaube hier in dem bereich war ja sonst noch was ne Gucken wir nochmal ist da noch angewählt perfekt ja da die brücke und der weg dahin heißt hier in dem bereich also ein bisschen in die richtung und da den berg hoch weil wir wissen es ja flagmon sind ja super agil die klettern gerne berge hoch ja aber in der nähe der flagmons sind die galanus zweige und die suche ich ja aktuell noch davon fehlen nämlich noch vier stück gut dass es keinen falschen schaden gibt ignorieren eine uhrweisschale irgendwie finde ich hier nichts mehr da Hilfe oh ich habe mich hierhin gefunden hier liegen hier auch nirgendwo mehr zweige rum oh wait wir sind in der höhle vielleicht da drin gehört das dazu ne auch nichts ist einfach nur ein kleines dick da hier drin na gut dann kommen wir später nochmal drauf zurück ich denke mal das dauert wahrscheinlich eine zeit lang bis die sachen da hinten wieder respawnen dann gehen wir jetzt einmal kurz ein foto im canyon machen ne tm herstellen wir müssen sowieso noch ein paar bp sammeln wir können ja auf der richtung dann in der richtung schon mal den einen dude da den feuer dude besuchen gehen hm wo bist du denn wo bist du denn ein ogapon komm mal wieder mit musst du denn nur wieder deine richtige maske geben äh was sind die hier drin die ganzen masken ah da wobei ich könnte ihn auch zu einem wasser pokémon machen oder gestein nicht gegen pflanzen pokémon kämpfen why not ja komm machen wir dich zum gesteins pokémon Sarah danke für 43 monate treu sogar auf stufe 2 super geil von dir so einmal kurz heilen und dann gehen wir den feuer dude mal an mit zwei pflanzen und einem stahl pokémon im team ich weiß ja nicht so recht vielleicht tausche ich doch mal ein paar aus moment wo hab ich denn mein team ähm ist auch stahl ist eins die loser könnte vielleicht was machen klippe könnte was machen danke wobei du bist drache äh stahl drache das könnte es doch noch ein bisschen aushalten du hast die wechselwirkung wohl doch nicht so gut verinnerlicht ja doch deswegen habe ich ja mein team jetzt gerade auch wieder ausgewechselt und danke auch an den chat ich bin voll drin in den wechselwirkungen die haben sogar ihre items noch hier sehr gut so was hatten wir jetzt stelle tm her er ist irgendwie nicht zum tm herstellen da na gut dann auf zum du die da was haben wir hier wow oh mord springen wir doch nicht auf den weg frech dachs wir können eben noch den raid mitnehmen und dann gehen wir weiter ok braucht jemand noch einen gala fleckmon zufällig äh hast du was gegen fleckmon potenziell was gegen feen pokémon nicht wirklich ach egal ist nur drei sterne kommen sie rein ja schicksal ich hätte ja mehr gelacht wenn es wirklich galalasho king wäre ne der galalasho king raid kommt erst dann wenn wir galalasho king haben vorher nicht vorher kriegen wir nur galafleckmon ja das bleibt nur wegen der schlechten performance gar nicht gemerkt dass wir ja schon eins haben deswegen tm tm Untertitelung des ZDF für funk, 2017